ja heute ist es mal wieder zeit für ein wenig deutsche action und dann auch noch premium denn heute ist es zeit für ein replay von der tierpiz das 8 der premium schlachtschiff der deutschen damit herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of warships in dem fall der wiesen 1976 hat das eingeschickt man muss auch dazu sagen ich bekomme wirklich immer immer weniger replays eingesandt also wer da was einschickt hat deutlich bessere chancen als es schon mal der fall war und hier haben wir jetzt gerade den ersten salven schuss richtung kneisenau gesehen das kommt da gerade nicht ran auf die erober das warten wir noch mal kurz ab und jetzt wird spannend denn jetzt gehen wir wirklich rein aber ist hier sehr sehr nahe mit 8,7 kilometern auch die die sekundären gehen direkt los da hat leider nur eine einzige granate gesessen aber die sekundären die können ja auch schon ein bisschen was ausrichten vielleicht schafft er hier ein brand oder anderes schaut aber leider nicht so aus von dem her schade schade da hätte er natürlich gerne wahrscheinlich direkt ist den ersten kill für sich verbuchen können so jetzt probiere es mit den torpedos aber die erober ist a schon zerstört und b wäre sie wahrscheinlich auch zu weit weg gewesen und jetzt korrigiert er fährt wieder richtung seiner basis zurück hat hier auch jetzt den aufklärer los gesandt dass ich ein bisschen anderen winkel hinbekommt und natürlich auch weiter schießen kann so da hinten da ist eine gegnerische tierpitz aber die scheint ihnen scheißegal zu sein er will wohl jemand anderes haben wir warten einfach mal ab auf wen er denn jetzt geht so und jetzt hier mal was richtung machen rausgegangen leider hat er gar nichts treffen können aber die mahan die bekommt schon ordentlich zunder da an der stelle aber hier das ist doch ein interessantes ziel die lienda leider hat aber noch sechs sekunden bis er nachlädt und ich glaube mal bis dahin hat die lehren das schon das glück dass ich hier hinter der insel verschwindet genau so ist es auch die jork die ist natürlich ein stückchen weiter weg aber hier die bismarck da könnte doch was ganz spannendes gehen alle granaten mal rausgeballert und wir gucken einfach mal was er da jetzt so hat joa 5500 schaden weit schon nicht ganz schlecht aber da geht natürlich noch deutlich mehr aufklärer ist auch schon wieder zurück so jetzt hier die bismarck er fährt hier natürlich gleich ein bisschen spitze an dass er da jetzt nicht die ganze breitseite da offenbart weil klar die bismarck die würde natürlich sich freuen hier einmal schön seitlich reinballern zu können aber der vorteil was eben die tierpitz gegenüber der bismarck hat sind die torpedos und die hat er schon mal auf die reise geschickt 10.000 damage aber jetzt dreht er da komplett reit und da kriegt auch dicken treffer da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger gewartet oder versucht irgendwie anders wegzukommen nachdem er geschossen hat also da muss man sagen war das jetzt nicht so schön die torpedos gehen leider links vorbei so wie es aussieht so er hat hier schon gegen gehalt das feuer brennt noch so jetzt muss er mal langsam die türme rum bekommen dass er noch mal schuss rausbekommt er darf jetzt auch nicht überdrehen weil sonst kriegt er die nächsten dicken treffer rein schüsse sind raus und hier 5000 schaden aber natürlich nur 5000 und hier der torpedo der trifft leider gott sei dank kein flutungsschaden alles in anführungszeichen noch halb so wild jetzt aber die leeren der vielleicht mal langsam und die schüsse kommen nicht schlecht aber auch hier leider keine zitadelle 51.000 damage und hier den brand den er da mit dem sekundären ausgelöst hat so die nächste heilung ist wieder am laufen die jork die ist doch mal spannend da muss aber auf die distanz mal richtig scheppern mein freund jetzt hat sie sich doch festgefahren Junge hau raus so mal gucken was die granaten jetzt anstellen können und 9600 leider nicht der kill den er damit machen konnte also da muss man sagen schon fast fahrlässig der muss da passieren aber ab und an will es halt einfach nicht funktionieren man kennt es halt die meisten gegner aktuell hinter inseln und sonstiges aber die kleine die kann er beschießen er muss nur selber erst mal hier an der insel vorbeikommen und dann kann er nämlich mal raus feuern und da seht ihr schon ein wunderschönes ziel eigentlich zu schade um es zu beschießen aber klar am ende des tages geht es um nichts anderes als den sieg und den will man natürlich da einfahren 7600 damage aber jetzt bekommt er von der seite von der gegnerischen tierpitz da schüsse muss also eindrehen denn sonst breitseite und ihr wisst dicke schellen so 6900 schaden mit dieser salbe richtung tierpitz wie gesagt jetzt hier hinten winkel spitzer machen nicht die breitseite zeigen macht er jetzt aber gut 3100 hit points 2000 also da muss man sagen das muss doch jetzt mal der kill werden und endlich kriegt er auch mal da den kill sehr gut so soll es doch mal sein so was geht da jetzt bei der bismarck wieder nicht so hoch also er summiert sich so langsam den schaden muss schon sagen es ist ja schon bei 100.000 ist ja schon aller ehren wert aber da muss noch deutlich mehr kommen und ich kann nicht versprechen da kommt noch deutlich mehr und jetzt die salbe woher da waren schon 11.000 und er hat noch ein paar in petto mal schauen was da noch geht muss man ja fairerweise on top rechnen ja in summe was macht es mal so 15.000 schaden die kann man dann durchaus mal lassen und jetzt nimmt es hier fast mit allen auf drei gegen drei schiffe hier noch in der runde und er denkt sich jetzt einfach mal go ich mach das jetzt schapayev kommt da aufgehend zu direkt mal schauen was die denn da so vor hat die will es wohl wirklich wissen aber jetzt pendelt sie eventuell ein bisschen zu weit noch ein stück braucht das aber klar wenn er zu lang wartet alles schaden der ihm hier flöten geht deswegen werde jetzt mal natürlich die erste salbe mal raus buttern und da sieht man aber immer wieder mal was der winkel in dem spiel alles macht hat er nämlich gar nichts gekonnt damit jetzt muss er aufpassen dreht sich meines achten schon fast wieder zu weit rein die gegnerische bismarck könnte sich da dem ganzen jetzt zunutze machen da hätte er meines achten es deutlich mehr auf die schapayev drauf fahren können aber klar vielleicht fürchtet er die da ein bisschen im fight wobei ich weiß eigentlich nicht warum aber egal sei es drum jetzt aber knappe elftausend schaden so soll es sein nur noch 200 und die sekundären vielleicht nehmen die da raus der will ihr unbedingt weg davon und da kriegt er sogar durch die sekundären den kill und holt sich den nahkampfexperten und jetzt die panzer cola auch ein sehr spannendes ziel auf die distanz gerade mal elf kilometer da muss was drin sein und jetzt komm junge zeig uns mal was in den deutschen rohren steckt die schauen nicht schlecht aus ja 4640 da ist luft nach oben würde ich mal sagen heilen kann er sich nicht mehr da ist alles aufgebraucht was er hat mit den 33.000 hit points direr jetzt hat muss er irgendwie klar kommen und jetzt mal schauen was da möglich ist er wird hier stark mit he beschossen aber macht die zinterdelle mit 14.000 damage natürlich wird der brand sofort gelöscht denn jetzt kann er sich nicht mehr gegen heilen deswegen schnellstmöglich da nicht weiteren schaden bekommen aber pencil cola bleibt selbstverständlich weiter mit he auf ihm drauf gerade beide nicht wirklich gut seitlich zu ihm aber die pencil cola die dreht jetzt stark ab damit wird es hier wieder einfacher richtung zitadelle schauen auch wieder schön auskommt gut und der sitzt aber perfekt 18.100 damage eine zitadelle und weg damit damals sind wir jetzt schon bei 180.000 schaden also da entwickelt sich das nach hinten heraus doch noch mal sehr sehr ordentlich die bismarck die bismarck die feuert weiter auf den adenborough das heißt wird es nicht so augen für ihn dementsprechend kann er sich ja austoben die sekundär der bismarck die muss man fürchten die sind richtig richtig ekelhaft teilweise so seine sekundären die treffen da schon aber alles noch nicht wirklich zwingend so die nächsten schüsse wieder raus und klar man will natürlich mit der tierpitz in den infight gegen die bismarck gehen können weil dann die torpedos da hat man einfach ein unfassbar starkes mittel deswegen einfach drauf fahren macht den winkel lasst ihn klein und nimmt die torpedos zu hand ich würde sie eben noch nicht so früh losballern hat er richtig gemacht so granaten sind raus und da mit knapp 8000 der menschen nicht schlecht die bismarck wird natürlich genau das gleiche wissen mit dem thema infight deswegen haut sie ja schon ab 100 99.000 der menschen das macht jetzt aber wirklich sehr sehr gut dass er da die wicke möglichst knapp hält jetzt hat er leider ein bisschen pech gehabt von den granaten aber alles noch gut so er wird aber auch ordentlich eingedeckt auch der brand ist natürlich nicht schön den er da auf sich hat das sind halt die sekundären der bismarck die waren jetzt schöner 3400 schaden leider immer noch nicht so viel aber jetzt geht es langsam zur neige wobei auch er mit 15.000 immer noch das gleiche niveau hat wie die bismarck ich sage jetzt aber mal vielen dank fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wünsche euch alles gute ebenfalls so geile runden bis zum nächsten mal euer alter ramba